Wer unseren Channel aufmerksam verfolgt, der weiß, was einmal in so einen Upload-Filter reingepackt wird. Das kommt da so schnell nicht wieder raus. Und jetzt sind ganz prominente Sachen reingepackt worden in einen Upload-Filter, der weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat, nämlich der Mueller-Report. Der Trump-Mueller-Report, da ging es darum zu klären, ob Donald Trump in irgendeiner Weise im Wahlkampf von Russland gefördert worden ist. Und dieser Report, der so wichtig für die Welt ist, ist im Upload-Filter hängen geblieben. Was da genau passiert ist, warum Upload-Filter so gefährlich sind und ob Donald Trump da seine Finger im Spiel hatte, klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger & Solmecke. Und Upload-Filter, die interessieren euch nicht erst seit der Artikel 13 Diskussion, weil sie das Internet in irgendeiner Weise beeinträchtigen werden. Die Upload-Filter interessieren aber auch die Content-Industrie, also alle, die relevante Filmwerke, Bücher, Musiken schaffen, weil sie sagen, super, damit können wir uns schützen und dafür sorgen, dass kein anderer unsere Inhalte nur irgendwo verbreitet. Jetzt gibt es aber Werke, die sind gemeinfrei, da hat gar keine Rechte drin. Und genau um so ein gemeinfreies Werk handelt es sich beim Maler-Report. Der Maler-Report, der eben über die Verwicklungen von Donald Trump mit Russland etwas sagt, auf vielen, vielen Seiten. Und dieser Maler-Report, der ist im April veröffentlicht worden und durfte kopiert werden, durfte weiterverteilt werden. Und man konnte damit eben alles machen, was man mit so einem gemeinfreien Werk machen darf. Unter anderem konnte man ihn hochladen auf eine Plattform namens Script. Auf einer Plattform namens Script, das ist eine Plattform, auf der auch schon mal Uniskripte und alles Mögliche eben veröffentlicht wird. Hochgeladen wurde er von einem Online-Portal namens Quartz oder Quartz geschrieben. Die wollten dieses Dokument hochladen, hatten es bearbeitet, hatten es durchsuchbar gemacht, um eine optische Zeichenerkennung da drauflegen zu können. Also eine OCR haben die da draufgelegt und das Ganze ist dann hochgeladen worden und sofort im Filter hängen geblieben. Script hat also diesen Maler-Report, der ja gemeinfrei ist, gefiltert und gesagt, unser fortschrittlicher Algorithmus namens BookID, das wird so etwas Ähnliches sein wie das Content-ID-System hier auf YouTube, hat festgestellt, dass da andere Rechte schon dran vorliegen. Und zwar verfolgte die automatische Blockade schon nach 17 Minuten. Quartz hat dann entsprechend Einspruch eingelegt und die Sprecherinnen, die haben dann auch Kontakt aufgenommen zu der Sprecherin von Script, die sagte, naja, insgesamt sind 32 Kopien gesperrt worden. Und das Online-Magazin Quartz hat dann nachgeforscht und gesagt, wie kann das denn sein, bei einem Werk, was eigentlich gemeinfrei ist, wer kann da irgendwie Rechte drauf angemeldet haben? Ja, und was war der Fall? Ein großer Verlag hatte den Maler-Report als Buch veröffentlicht. So ist das bei gemeinfreien Werken. Man kann alles Mögliche damit machen. Man kann ein gemeinfreies Werk sogar verkaufen. Ja, und da sagt eben Script, in den vergangenen Tagen sind mehrere E-Books und gedruckte Ausgaben des Maler-Reports erschienen. Verlage wie Simon & Schuster, Unternehmen wie Barnes & Noble und Medien wie die Washington Post haben teilweise den Report mit Anmerkungen versehen, mit einem Vorwort und dann neu veröffentlicht. Die Bücher kosten 15 Euro, stehen aber schon auf Amazon-Bestseller-Listen. Das heißt, auch mit gemeinfreien Werken kann man Geld machen, aber mit kostenloser Software wie Linux kann man ja auch Geld machen. Also alles fein. Das Einzige, man darf also als Verlag mit dem fast alles anstellen, Geld dafür verlangen und und und. Nur man darf niemals Besitzansprüche gelten machen. Und das scheint hier bei einem der Verlage jedenfalls passiert zu sein. Da wird irgendeiner bei Script gesagt haben, ja, unser Buch. Vielleicht weil sie ein Vorwort verfasst haben, sondern es ist unser Buch und dann wollen die Besitzansprüche am gesamten Werk haben. Und da muss man sagen, das geht natürlich nicht. Aber das führt dazu, dass der Upload-Filter von Script gesagt hat, ja, da hat meinetwegen, ich weiß nicht, ob dies war es, Simon & Schuster, die Urheberrechte dran, du darfst es nicht nochmal hochladen. Und damit ist alles geblockt worden. Das ist die schöne Zukunft eines Upload-Filters, ja. Also hier gleich 32 Blocks eines wichtigen Reports, des Mother Reports bei Script. Und Script hat das Ganze dann immer wieder manuell freigeschaltet. Und das sind ja die Visionen, die wir, oder Schreckensszenarien würde ich eher sagen, die wir auch beim Upload-Filter befürchten. Da war es letztens zum Beispiel so, dass irgendein Musikverlag gesagt hat, ach, unsere Musik, 12 Sekunden, YouTube-Video geblockt. Und in Wirklichkeit war das nur ein schnurrendes Kätzchen. Da hat dann leider der YouTube-Algorithmus nicht so ganz funktioniert. Genauso wie letztens bei einer Jura-Vorlesung über Urheberrecht, die geblockt worden ist wegen Urheberrechtsverletzung. Wahrscheinlich hat der Professor da irgendwie einen Ausschnitt aus dem Film gezeigt, weil er darüber reden wollte, wie der Film geklaut wird. Und das Ganze kommt auf YouTube und YouTube sagt, ach, der wilden Film ist ja gezeigt worden. Und es ist nur Urheberrechtsverletzung. Und damit hat der Upload-Filter natürlich voll gegriffen. Lustig fand ich, Alex, auch das Beispiel der NASA. Die wollten auch Ausschnitte von der ersten Mondlandung auf YouTube hochladen, ging aber nicht. Ein Fernsehsender hatte einen Film gemacht über die erste Mondlandung. Da war auch das NASA-Material von der ersten Mondlandung drin und gesagt, wir haben alle Rechte an dem gesamten Fernsehfilm. Inklusive dem Mondlandungsrepertoire, was natürlich nicht stimmte, das war ja von der NASA. Jetzt versuchte die NASA, das auch nochmal hochzuladen. Nur die Schnipselchen, wo Armstrong gerade die ersten Schritte auf den Mond macht. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für die Menschheit oder was auch immer gesagt hat. Auf alle Fälle wird das sofort geblockt durch den Upload-Filter, weil nämlich der TV-Sender sagt, nix der NASA, ihr habt keine Rechte an dem Videomaterial zur Mondlandung, haben wir. Also ziemliches Schreckensszenario hat man jetzt hier nochmal gesehen. Und diesmal hat es eben den Mueller-Report getroffen, bei dem es um mögliche Verstrickungen zwischen Trump und Russland ging. Also, um die Frage auch zu beantworten, Trump hatte hier ausnahmsweise mal nicht seine Finger drin. Es sei denn, er hat noch irgendeinen Buchverlag in seinem großen Firmen-Imperium, die sind vielleicht auch Verlage, der jetzt Rechte auf dem Mueller-Report angemeldet hat. Das weiß ich aber nicht. Ich will auch nicht weiter spekulieren. Wäre aber der größte Witz, wenn sowas noch rauskäme. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Wir freuen uns über jeden, der hier auf dem Weg zu 500.000 Fans uns begleitet kann. Auch ein bisschen was dauern, aber trotzdem würde uns das freuen, wenn wir dieses Ziel, was wir schon seit Jahren haben, irgendwann schaffen könnten. Ansonsten seht ihr morgen hier schon das nächste Video wieder. Würde mich auch freuen, wenn ihr da auch wieder dabei wärt. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.